So, da bin ich wieder, ja, nach einem kleinen Malheur. Ich habe nämlich wieder alles, wie ihr hier sehen könnt, in meinem Haus, was gleich ist, aufgenommen. Habe ich jetzt erstmal wieder alles ein bisschen zurück verschoben, da ich auch drüber fährst, hat meine Aktivität. Egal, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem ersten Secret Level, was ich wahrscheinlich jemals in meiner Karriere erst wieder gespricht habe. Aber auch nur, weil ich weiß, wo jetzt das Secret-Eck jetzt war. Also, beziehungsweise bei Doom wüsste ich das auch, aber da hätte ich auch die Secret-Levels keine so gute Wüsste. Ja, Launce Games, Secret-Man. Falls manche ein bisschen am Stalkern wollen, normalerweise mag ich die Secret-Levels deswegen nicht, weil Leute wie ich, die sich die Videos nach dem Alphabet sortiert angucken, da kommt halt die Neuen erst nach der Acht, heißt also, sie gucken praktisch erstmal die Let's Plays von den ersten drei Levels, dann vom vierten Level bis hin zum achten Level und dann erst das neunte Level, obwohl das ja von der Zeitspur her viel früher kam. Das heißt also, diese Secret-Levels bringen mit ihrer Nummerierung alles komplett durcheinander. Und deswegen mag ich diese Secret-Levels immer nicht so beim Aufnehmen bei Let's Plays. Ach ja, da ist gleich die Scheiße hier. Wieso? Hä? Ähm. Wow. So. Ärzte waren wir überflogen. Das wäre mal ne Scheiße. Ärzte waren wir überflogen. Ärzte waren wir überflogen. Ärzte waren wir überflogen. Ärzte waren wir überflogen. Bei der Person haben wir mittlerweile genug Geld für diese beiden Erweiterungen hier, für Secondary Fire, für den Charger quasi. Können wir uns das gleich mal leisten, ne? Wow, das hätte auch gerade schief gehen können. Du Schwanz! Gott, das ist überall dunkel. Wow, den hier rein scheißigt man hier. Ja. Ja. Alter, mit dir gar nichts. Alter, okay. Oh, oh, Alter, Leute. Nichts, ich bin von allen Seiten. Ich bin wirklich von allen Seiten, Alter. Ich bin hier los. Alter, was ist denn hier los? Ich renne hier von einer Feuerfontäne in die nächste. Danke. 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 Erste Wurstdruck. Gibt es leider keine. Doch, ja. Wo sind die eigentlich solche Karten? Ach, die hat Quatsch hier unten. Oh, ich bin hier. Ich bin hier. Hier Wo geht es? Gott! War für eine Reaktion! Eh, ich hier! Wow Ah, komm, yo So, jetzt brauche ich was rotes. Oh, da geht was rein. Oh, schau, vielleicht finde ich da nochmal so eine Rüstung. Oh, Alter. Wenn man nicht sieht, wo man überhaupt hinschießen muss, ist ja schlimm. Rot. So. Dann muss ich jetzt da lang. Schlimm, wenn man hier nur nach dem Gehörspiel hat. Darf ich hier überhaupt schon hin? Oh, das ist ein Secret. Keine Ahnung, ich gehe mal über die Liebeflitz zurück. Yellow Key, interessant. Huh. Aha. You really see that? Oh! Schicke Waffe. Hab ich ja nicht nur Spicer? Nein, doch aber... Gut. Danke, danke, danke. Danke. Wow. Ah, naja. Wer hat jetzt gerade schon wieder geschossen? Warum? Immer diese Leute, die die ganze Zeit rumschießen. Ich versteh das nicht, Alter. So viel Gewalt, das ist doch ungesund. So, jetzt hab ich ne gelbe Karte. Jetzt muss ich... Oh. Hier ist noch was gelbes. Ach so, siehst du, hier hängt noch was drinne. Ah, die ist, was ich gerade brauchen kann. Oh. Arschloch. Alter, ist hier so scheiß dunkel drinne. Ich seh gar nichts. Hier ist ein Exit. Yay. So, okay. Jetzt werden wir die ganzen Sequels finden. Ich hab nämlich noch kein einziges gefunden. Mhm. Wie's aussieht. Ich hab nämlich noch kein einziges Sequels. Ist ja hässlich. Gut. So, hier hab ich gestartet. Interessant. So, dann sind wir in die Richtung gegangen. Hier waren wir denn hier. So, dann gucken wir uns hier, wo wir die Sequels gibt. Nein. Oh. Oh. Da war er. Oh. Das war mir drin. Oh, wer weiß. Ja, das war jetzt. Ja, durch die Machepanche. Hey, höre ich doch gerade. Wow, von einzigem ins nächste. Äh, was? Ah, dachte schon. Nice. Na gut, die können wir jetzt leider nicht gebrauchen. Was wir jetzt bräuchten, wäre eher Rüstung. Doch die ist leider nicht vorrätig. Oh, haben wir also schon mal das hier. Achso, hier im Kopf kommt der denn hier auch wieder rein. Händen wir es noch im Weg. Oder muss ich hier durch? Das kommt gar nicht. Ach, ich verliere hier so viel Schaden. Achso, hier muss ich hin. Gut, aber da muss es denn ein Secret geben? Ne, passt mal nicht rein. Woher? Ah! Ah! Ja nicht. So. Dann... Gibt es hier weiter? Oder? Nein. Nein. Ich habe jetzt da schon keine Ahnung. So, auf jeden Fall gibt es hier wohl auch noch ein Secret. Ist ja nett. So. Ich könnte wahrscheinlich einmal schon Zumindest wird es nicht mehr küsiert Ach ja, das ist noch Also muss ich da wirklich schon, ich kippe rüber Also passt Ah ja, jetzt gibt's Rüstung Yay, besser Äh, probierst du zurück? Achso, ja Hm, jetzt fehlt noch ein Sieg Hey, die haben doch schon alle sechs Achso, hier hinten waren wir noch nicht Wo bin ich gerade? Ich bin da Ach Wo kommt man denn hier rein? Ah, über das Ziel Ah, okay Sack, stopp Ja, wir haben alle gefunden Aber wir haben noch nicht alle Gegner Was denn für eine Scheiße Wir haben alle Secrets gefunden, aber noch nicht alle Gegner Nee, wir haben noch gar nicht alle Secrets Hä? Also wir waren da drin, dann waren wir hier Dann sind wir hier lang ge... Ach, da ist so noch Oh Gott, ja stimmt, da waren wir noch gar nicht Ähm, also Katmarsch Einmal zurück Dann müssen wir jetzt... Da lang... Da lang... Da lang... Da... Da ist Wasser, genau, dann müssen wir mal rüber Ah, fuck Hey, war wir hier nichts Das war doch... Das war doch genau der Robo für ein Wahn Nee, das wird sonst noch ein anderes Secret Ist doch bescheuert Oh, ja, ich bin da dumm Das hier fehlt uns Das, zweimal wieder Intelligenz pur. Na gut, ab nach Hause. Wow, das ist so scheiße dunkel. Ich hoffe, wir nächsten Level sind die ganze dunkel. Soviel zu dem Super-Secret-Level. Dann, riech mal so, ist das nächste wieder ein normales Level? Ja, ich habe jetzt nicht besonders viel gesprochen, weil, ähm, erstes war das Level ganz schön neu für mich. Zweitens, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so viel Zeug erzählen, weil sich wahrscheinlich sehr viele, so wie ich persönlich auch selber, dieses Level wahrscheinlich nicht angucken werden, weil wir auf die Secret-Level scheißen. Hehehehe. So, na gut, dann geht's nächstes Mal wieder mit einem regulären Level weiter, Level 4. Schau mit V.